Hallo allerseits, Channel Nachrichten24, das so wenig über den Zustand von Michael Schumacher bekannt ist, macht viele Fans traurig. Sie fragen sich, was dahinter steckt. Nun packte ein Weggefährte aus. Fans und Weggefährten vermissen ihren Schummi, fragen sich, wie es ihm wirklich geht. Doch nach Michael Schumachers tragischem Schierunfall 2013 dringt fast nichts nach außen. Viele fordern endlich die Wahrheit, so Willi Weber, der über 20 Jahre den Formel 1-Star gemanagt hat und mit ihm befreundet war. Bei MDR Sachsen, das Sachsen-Radio klagt der vertraute Corinna Schumacher an, weil sie ihren Mann rigoros abschirmt. Nach dem Unglück habe er sie mehrfach am Telefon gefragt, wann er Michael im Krankenhaus besuchen könne. Absichtlich habe sie ihn geblockt. Sie wollte mich nicht ans Krankenbett von Michael lassen, weil sie wahrscheinlich gewusst hat, dass ich sofort erkenne, was los ist, so Weber. Offenbar habe Corinna Angst, dass er die Wahrheit weiter erzähle. Bis heute verstehe er ihre Entscheidung nicht, dass es nur Wischiwaschi-Informationen gebe und man nicht erfahre, wie es wirklich um Schummi steht. Man kann doch die Millionen Menschen oder seine Fans nicht so hängen lassen. Willi Weber kennt Michael seit über 30 Jahren, hat viel mit ihm erlebt. Umso mehr verletzt es ihn, derart ferngehalten zu werden, das ist respektlos und primitiv, was da läuft. Der Ex-Manager will Klarheit, und endlich Kontakt zu Michael Schumacher, das würde ich wirklich gern wissen, wie es ihm geht, und ihm nochmal die Hand geben oder übers Gesicht streicheln, und das wird kategorisch verboten. Ich weiß nicht warum. Zu Michael's 50. Geburtstag zündete er Kerzen an. Manchmal träume er nachts von ihm. Ich wünsche mir, dass er wieder irgendwann vor mir steht, und ich kann ihn umarmen.